es heute kommt zurück zurück zum Beispiel Minecraft Sammeldung da wird in dem und ich schaue früher doch das habe ich zu 100 Prozent hier an der Stelle ist so wenig alter so locker easy droben drei Blöcke Prozent ich war also von der obwohl ich glaube ich habe das bekommen nein ich hätte ich habe geschafft was aber ich glaube ich von der Stelle er gesprungen wäre wo ich an der letzten Folge stand in der Gestorben ich bin schätzt er unterschätzt so kann man ein bisschen mehr schaden wenn wir auch weiterer und das war die man eigentlich Prozent Prozent man eigentlich mehr schaden wenn man springt und dann Prozent runter fällt er hat es jetzt weiter alt ist jetzt Prozent ein Block Blöden aber man sieht doch weniger Schaden wenn man dabei blockt oder äh ich das nicht glaube ich nicht oder wenn man dabei ist es liegt und dann spricht auch nicht ich habe immer im Minecraft Viki angeguckt bei wie viel Blöcken ich glaube bei 31 Blöcken bei 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 wenn du blockst du kriegst ja normalerweise weniger schaden ja aber ich glaube das ist nur abkämpfen ich glaube bei Magie hilft es auch nicht deswegen ich bin mal Prozent Dings Kakaobohnen fahren und Prozent wobei ich hab's mal überlebt als ich geblockt habe und als ich danach wieder versucht habe ich bin ich verreckt er wird kann auch da hat sich vielleicht mehr Rüstung an ich hatte keine Rüstung an bei beiden das weiß ich nicht eigentlich ist nur mehr in Kripp ist nur mehr am Tag kommt um ich hallo ich habe ich doch gerade gesagt ich fahre nur holz und Kakaobohnen zieht man muss jetzt noch eine Kiste machen aber ehrlich gesagt habe ich ein Holz jetzt habe ich gerade wenig Holz aber eigentlich habe ich da gar nicht so viel Problem ich habe viel mehr Probleme es ist richtig scheiße wäre wenn die Sticks jetzt auch noch zu Prozent woher habe ich auch schon gedacht bei der Katzen die ganzen Sachen in der Welt nach dem Zeichnolz hatten Schwerter doch so steht das Eichenholz Diamantschwert stelle ein Eichenholz stockt jemand Schwerter das hoch wo ich würde oder 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 eigentlich so gut geredet ja ich weiß ich habe ja auch keine reichen Holzfackel und ein Block Baum weiter ziemlich fest im Dschungel noch beschissener wäre die Rast den Tegel in verschiedenen oder so kacke das gibt es ja lustig und heller auf die Heller Krafting Tegel insofern nein bitte nicht da wird auch noch mal von der Fertig oder 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 noch besser die Betten das aber wirklich geil mit der Verschiedene Betten hat die Wolle wenn du verschiedene Wolle nimmst und verändert sich auch das was du nimmst er ist gesagt habe ich gar nicht so viel Schilder Holzprobleme er steigt Probleme ja nicht bestellen und ich habe gar kein Stein richtig viel Stein doch wir haben so als wir haben ja schon was im Lager ich muss halt mal brennen das ist ja vor ich weiß dass man im Meister der Holzprobleme haben mittlerweile was ich vorher aus also wir haben mittlerweile Holzprobleme wegen Lennart auch weil der ja jetzt Prozent nur noch und scheiße scheiße Port nur noch Holzkohle verwenden darf hat vorgeführt er selbst holt ja ja aber trotzdem verraten Lennart nicht vertraut scheiße ich mal ist aus dem aus dem Holz was ich gerade gefarmt hat ein Crafting Table und alles andere bauen für ne äh Alter wie viele Hühner das mittlerweile sind ja ja bis bald weil wir irgendwann wieder Diamanten farben nein ich bin runtergefallen boah ich weiß auch zwischen euch hatten wir über zwei Sex ne mhm bis ich gekommen bin bis David gekommen bin nein jetzt hauen die Hühner ab haut ab ihr Hühner nein jetzt hauen die Hühner ab ja nein jetzt muss ich einen Holzakt bauen Alter eins nein wie dumm seid ihr hier was rein wenn die alle in die Lücke ich mache durch das ganze Boden holz wieder ab Prozent um das ganze Bodenholz Bodenholz genau ist der Dschungelwut nicht jetzt wird jetzt ganze Pultenholz wieder abhauen das ganze Stony Stone Haha Julian und seine Kinder lachen Scheiße wir wollten noch aufhören Scheiße ja ne aber äh eigentlich hätte es dann heißen müssen ähm äh Stone Stein weiss du weil Stony Stein ja Steigenstein deutsch was dann hat er auch gesagt wurden holz jetzt hat es heute verbunden heißt aber hölzern schildern ist ohne stein die stein steiner dass da was du nicht stein für mich nur steinigen stein für mich eil ich habe etwas steinigen stein für dich geholt mein freund geil ist wenn er einfach zu sagen ich habe etwas wechseln ich weiß nicht geholt ich habe etwas steinig und erschwert ich habe etwas wässriges wasser für dich geholt alter das klingt so bescheuert ich habe etwas wässriges wasser für dich geholt ich habe eisernes eisen für dich ich habe eisernes eisen hart dieses eisernes steinhart ne warte dieser stein ist steinhart hoch hoch diese federleute ich habe hönig ist für dich fisch ist diese feder ist federleicht ha 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 aber ich gehe mal hier man darf das wurde ich habe ein bestes ich habe ein wasser einigen wasser ein paar die städtische wasser hälften es ist nicht so schön wie geht es in die Wiese wasser abbilden ich hoffe dass sie sich was heißt mir zu wässrig das ist neuer ich möchte denn was dann ist es nicht zu wässrig nachher ach ja und wenn es dann gelohnt haben wir wollen wir wollen wir haben wir haben wir haben wir haben wir sehr schön ist es zu tun ein Dschungeliger Dschungel ein Dschungeliger Dschungel ein Dschungeliger Dschungel du du ja an siehst du ja siehst die Welt Optima Opti-Fan und Schmuck die Fein aber nicht abgabend was ich will die ganze Beschäftigung Kuhlmann Internet Scheiße Schäfst die Ecke ich habe der Fall Schiff hin Schiff hin Hauptsache ich habe wieder voll genau in dem Moment leckt der mich so wie geil das hier in dem Dschungel ist hier ist so eine Höhle wo ganz viele Leiden vor sind Alter ich brauch auch Leiden aber wie geil das einfach aussieht und du brauchst nur Leiden Tim das ist der andere Server ich brauch Blätter und Leiden Alter, wie geil das aussieht. Wenn ich Skype hätte, würde ich das euch jetzt über... Nein, auf mein... Wenn ich Skype hätte... Wenn ich jetzt Skype hätte... Nein, ich hab das doch jetzt im... Ja, das klingt so scheiße. Ja, wenn ich jetzt Skype hätte... Mach's doch mit dem Handy und schick's dann mit dem Handy per Skype. Du hast doch Handy drauf auf Skype. Es ist zu dunkel. Warte mal. Du hast doch ein Handy drauf auf Skype. Ich kann dich nicht sehen. Du hast ein Handy drauf auf Skype. Ich kann dich nicht sehen. Ich kann dich nicht sehen, es stinkt zu sehr. Ja, hab ich gerade im Handy, Alter. Du hast ein Handy drauf auf Skype. Wie macht man das denn jetzt? Das hast du schon gesehen, Chat? Ah, warte, warte, warte. Wie kann man da jetzt was rein... Wie geht das auf dem Handy, Alter? Muss ich erst das Foto machen und dann über Skype schicken, oder was? Ja, wenn du jetzt Skype hättest. O-i-In-Kamera. 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 So... Ich bin voll lateinisch. O-i-In-Kamera. Nein, überhaupt nicht. Aber egal. O-i-In-Kamera. O-i-In-Kamera. So... Senden wir... Julia, du sollst keine Blödsinn mit der Axt abhauen! Schreib ich selbst in meine Kommentare. Skype. Du trotzdem. Äh... Julian, stell du letzt mal... Kann ich das nicht an Gruppen... Kann ich das nicht an Gruppen schicken? Natürlich kannst du in Gruppen schicken. Ne, ne, geht nicht. Nicht perfekt. Übrigens, Leute, wenn ihr mich jetzt fragt... Hey, warum baust du jetzt Play ja immer mit der Axt das Holz abhauen und die Blätter gleichzeitig, obwohl das voll die Verschwendung von der Axt ist? Dann sag ich euch nur die Antwort. Und zwar... liegt daran, dass das Play ja zu faul ist, um zu wechseln. Wenn ich aber Zuschauer eins als Play sind und ich sehe, dass ihr das nicht macht, dann reg ich mich voll in den Kommentaren darüber auf. Was soll das? Du machst aber selbst nicht. Ja, es tut mir leid, Leute. Ich hab das direkt bei dir... Ist so, nimm unsere Gelaber doch einfach mal auf. Das soll YouTube mal wissen. Ich hab das direkt weitergeschickt. Oh, muss ich das jetzt... Nein, das nehm ich nicht an. Wieso ist das das Bild? Das ist wirklich das Bild. Ja, warum heißt das so? Frag mich nicht, was mit Tim Fanny nicht stimmt. Ja, du hast das extra gemacht. Ja, ja, genau. Und ne, das mach ich nicht. Ne, das ist das... Ne, das nehm ich jetzt nicht an. Eigentlich heißt das... 2 0 1 4 0 9 1 3 Unterstrich 1 9 1 2 5 2 Punkt J P G G. Versichert damit was anderes weitergeschickt. Nein, ich hab das weitergeschickt. Bei mir steht da... Da stand so da. La... Mir steht Pornokomas.com Minus 1 7 7 . Pornokomas? Keine Ahnung. Bei mir steht ja sogar was anderes. Da hab ich grad einen Check geschrieben bei Minecraft. Datei öffnen. Ja! Alter, in 3 Tagen hab ich dunkle Kaserne. 5 3 4 4 1. Da hab ich grad fertig sie. 5 4 4 1 1. Armin ist ihr jetzt in 3 3 4 1. Achbo. Ja, genau das dann. Sorry. Was hier. Ich hab das falsch vorgelesen. Nämlich klug. Du bist... Klug. Dach. Unde dann ein Bauch würde ich angehen. Dach. Ich bin da dran. Klug. es klingt aber viel zu sich das sieht viel zu sehr echt auf es ist viel zu sehr echt war es nur ein Haar dazu gemacht ein Haar ha 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 ich habe schöne Haare ich war heute beim Friseur ich nicht ich nicht Fick miteinander Fick miteinander nein nein die Schafe haben schon geblickt also du bist so entweder wenn Schafe ficken oder wenn Tim und ich zusammenficken okay genau hauptsächlich wenn ihr beide Fick aber warum funktioniert meine W-Taste durch jetzt funktioniert da wird das geil sind ich habe nur ein Video wie du es hier so ein Skelett ach der findet sowieso gern zwei Jungs miteinander ficken warum explizit wir das bist ach da bist du nicht der Einzige sehr komisch kann man eigentlich die Kohle fahren machen warum kommt da rohes Hühnchen und nicht gebratenes Hühnchen raus Alter wie geil es hier einfach ist und wo kommt dieses verfickte Skelett her wie geil das hier geladen wie scheiße das hier geladen ist einfach guck mal also wie man sieht hinterm Dschungel ist das voll scheiße geladen da sind so Erdblöcke in der Luft aber wie geil der Magiaturm von weiter weg aussieht Dankeschön mit so Nebel mit Nebel und so ey das guck ich mir jetzt mal an und zwar mit Magiaturm guck mal Leute mein Magiaturm so und jetzt mach ich mal hier Grafikeinstellung Grafikeinstellung nicht weiter fünf Chancs ich krieg zu lange haben wir uns ja gar nicht mehr geladen krass zu werden also ich krieg schon langsam Hunger Julian ich glaube ich werde den Wald abholzen das ist ja viel zu sehr zu sehr nein ja ich hab schon angefangen nein aber bitte nicht das sieht nicht cool aus David Junge da muss noch was hinkommen ja aber dann möchte ich dem Wald wenigstens verlegen ein paar Blöcke ja ein paar tausend Blöcke nein also ich finde man könnte da einen Förster hin machen oder sowas nein da kommt ein Dreieck was Förster Dreieck kommt die Woche ich finde der Wald muss da bleiben müssen andenken damit hat die Wald noch viel schön aus früher war es besser ja wenigstens schauern wenigstens schütten Tim und ich nicht noch so viel auf Graf Rumi nee ich schüttel ab schüttel ab genau so wie auf dem anderen Server David WDW übertreibend Welche Server reden du überhaupt? einen auf dem du nicht darfst und darf ich da nicht drauf? Weitlist Weitlist mit Ungespielt und Kronk Weitlist und Däner und Lettadl und Adi und German Let's Play und Weitlist 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 Reiter Nein ich finde hier keine Kakaobohnen mehr Och ne das ist ja richtig scheiße und sogar noch mit denen die 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 ich habe 28 Kakaobohnen äh äh so haben reich das erst mal können ja immer von mehr Kausa David jetzt es reicht nur noch Uhr bin ich jetzt in Krüter in der Mitte King für Tim der King sei das erfahrt wenigstens immerhin wenn sie gewöhnt werden der Mann das war ein mal in den anderen wenn ich jetzt in anderen wenn ich das gelettet er ist einfach an weil es bei der Verzehrung an das Wettbewerb mit darunter schütteln